Hallo und Glück auf, Abi. Der Fluch ist gebrochen. Also es war ja ein positiver Fluch, viermal zu null, aber jetzt endlich ein Sieg. Es ist jetzt noch ein paar Tage her. Wie ist deine Gefühlslage heute noch? Immer noch erfreut? Also ich war sehr erfreut über das Spiel, das muss ich wirklich sagen. Also vor allen Dingen die Jungs haben das gemacht, wo wir ja die ganze Zeit schon mal diskutiert haben. Gas zu geben, nicht nachzulassen, eben die Mannschaft bekämpfen. Und vor allen Dingen sind sie über außen gekommen, was mich wirklich gefreut hat, dass sie mal zwei gute Bälle reingebracht haben und da sind auch sofort zwei Tore durchgefahren. Also kann man sehen, dass wir nicht ganz so weit weg waren davon, wenn wir gesagt haben, Flanken, 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 Flanken mal rein, dann passiert schon was. Jetzt hat natürlich nicht der Rodde getroffen. Da waren genug Flanken drin, der hätte wahrscheinlich auch eins gemacht. Aber ich war sehr, sehr, sehr positiv bei diesem Spiel. Man hat gesehen, das Publikum ist mitgegangen, keiner stand hier. Das Publikum hat die Mannschaft getragen und so muss es auch sein. Und vor allen Dingen sind wir mal in Führung gegangen. Das hat man dann aber auch gemerkt, dass mal so ein bisschen ruhig alles wurde und das ist gut. Jetzt gab es aber ein Gegentor und da sah unser Nummer 1 nicht ganz so glücklich aus. Man hat auch gesehen, das hat ihn echt stark beschäftigt. Aber das Gute nur ein paar Minuten. Wie würdest du das beurteilen? Wie hat der Ralle das weggesteckt? Erstmal muss ich sagen, bin ich ja kein Torwart. Trotzdem muss ich sagen, Ralle hat einen dummen Fehler gemacht, den auch schon jeder andere im Aus schon mal passiert ist. Aber was er nicht gemacht hat, er hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt und hat gesagt, oh, was ist jetzt? Jeder Ball, der jetzt reinkommt, ist eine Zitterpartie. Nein, er war ganz ruhig, er hat ganz ruhig weitergespielt. Er hat auch mitgespielt, das ist ja auch viel, dass man ihn angespielt hat, dass er da auf einmal nicht einen Flattermann gekriegt hat. Das kann jedem Torwart passieren, dass man so ein blödes Tor reinkriegt. Und ja, da muss man ihm einfach sagen, komm Ralle weiter und Schluss aus. Der hat auch schon super Bälle gehalten und hat auch viermal unentschieden geholt. Der Zeitpunkt war aber tatsächlich, naja, nicht ganz so glücklich. Aber war es vielleicht dann auch etwas Positives daraus? Stell dir mal vor, die wären in der zweiten Halbzeit auch durchgewonnen und hätten vielleicht noch zwei Tore gemacht, 4 zu 0 gewonnen. Dass du dann das wichtige Spiel gegen Bochum vielleicht unterschätzt? Ich sag mal so, Bruno Labbadia hat für mich in der ersten Halbzeit sehr defensiv gespielt. Dann hat er bemerkt, als er 2-0 Rückstand war, oh Mist, ich muss ja hier ein bisschen offensiver spielen. Das hat man dann aber auch in der zweiten Halbzeit gemerkt. Er hat da ein paar offensive Leute reingebracht. Und wir sind dann so ein bisschen ins Schwimmen gekommen, trotzdem, dass unsere Abwehr ja felsmäßig gut stand. Wir hätten vielleicht aus den Konterschancen mehr machen müssen, die wir dann auch noch hatten, die eine oder andere. Aber man hat gesehen, Stuttgart hat Qualitäten, wenn er offensiv spielt. Und das, glaube ich, macht er zur Zeit nicht richtig. Er hat viele gute offensive Leute. Und ich würde sagen, er sollte sich mehr oder mehr schauen, dass er in die Offensive geht, als in die Defensive. Gut, Stuttgart haben wir abgehakt, drei Punkte geholt. Jetzt Bochum, nächstes Spiel. Ja, Bochum ist das Gleiche. Wir müssen gewinnen. Wir können es auf den Kopf stellen. Wir müssen Bochum schlagen. Und dann sind wir auf jeden Fall in der Auslosung wieder dabei. Wenn wir natürlich verlieren sollten, dann bist du wieder sechs Punkte weg und dann musst du wieder Gas geben. Also dann kommt Dortmund, wer weiß, was dann passiert. Vielleicht gewinnen wir gegen Dortmund und ärgern uns dann schwarz, dass wir gegen Bochum nicht gewonnen haben. Also, du musst in Bochum auf jeden Fall was holen, egal. Und wenn du nur einen Punkt holst, ist eigentlich egal, weil die anderen lassen auch noch Federn. Jetzt gibt es ja diese schwarze, also die ist ja eine dunkelschwarze Serie. 38 Spiel, glaube ich, Auswärtsspiele nicht gewonnen. Ist das hier oben drin? Wie hast du das als Spieler früher gemacht? Ja, aber wir haben jetzt auch einige andere Spieler schon dabei, die neu gekommen sind. Ich glaube, die machen sich da nicht solche Sorgen drum. Ein neuer Trainer kommt. Also ich glaube, ich würde auch gar nicht groß darauf eingehen. So eine Serie hat man einfach mal, aber natürlich so eine hohe Serie haben wir schon lange nicht gehabt. Aber ich würde sagen, das ist so psychisch, glaube ich, nicht ein großes Problem, dass man darüber nachdenken sollte. Man muss jetzt gucken, die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir müssen hier in Bochum was holen. Das ist viel wichtiger. Bochum zu Hause relativ stark, wenn sie gewinnen, dann zu Hause fünf Spiele in Folge, jetzt zwei verloren. Aber trotzdem, warum ist man zu Hause meist stärker? Was spielt das sich da im Kopf anders ab? Ja, du, das ist ja natürlich klar. Wir sind ja zu Hause auch stärker, weil eben das Publikum dabei ist. Die peitschen dich nach vorne. Es ist einfach so. Heimspiele sind einfach schöner als Auswärtsspiele, egal wo du hinkommst. Und wenn du nach Bochum fährst, ist es ja fast ein Heimspiel für uns, weil es werden sehr viele Schalker hinkommen. Also ich schätze mal, sechs, sieben Tausend werden auch da sein. Und ich glaube auch, dass unsere Jungs mehr brüllen als die Bochumer. Und deswegen bin ich da sehr positiv, dass wir auch da gut von den Fans, sag ich mal, unterstützt werden. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da was holen werden. Ja, dann tipp mal. Was ist dein Tipp? Also ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich tippe ein 2-1 für uns. Okay, nochmal 2-1. Auch machen wir eine Serie. Nehmen wir auch gerne, ne? Ja, gerne. Du weißt, ich nehme alles gerne. Danke dir Abi und bis nächste Woche. Alles klar. Okay, Glück auf. voll alles klar. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020